Guten Tag. Schlaues zum Wochenende. Nicht kommentieren. Diverse Ausrufezeichen 1111. Ihr könnt euch schon denken, worum es geht. Die aktuellen Ereignisse lassen mich natürlich mal wieder mit dem Kopf schütteln. Also natürlich das, was gerade weltweit passiert und der Umgang damit, gerade in den sozialen Netzwerken. Ich muss zugeben, ich habe es früher auch gemacht. Ich habe mich dazu verleiten lassen, zu jedem Kram immer meinen Senf dazu zu schmieren. Das führt aber unterm Strich nur zu noch mehr Alarm, den wir nicht brauchen. Klar, bei vielen Menschen hat das pathologische Gründe, also dass sie mit ihrer eigenen Welt und mit sich selbst nicht im Reinen sind und nicht zufrieden sind und so halt eben Dampf ablassen müssen. Aber diese Person meine ich nicht. Aber auch bei Menschen wie mir, wo die Verdrahtung halbwegs noch in Ordnung ist, zumindest hoffe ich das, verhält sich das so, dass es natürlich in den Fingern juckt und man immer zu irgendetwas etwas schreiben oder sagen möchte. Gerade wenn es ungerecht, fies oder unter die Gürtellinie geht. Aber ich sage euch aus eigener Erfahrung, lasst es. Der Spruch Don't Feed the Troll ist natürlich total abgelutscht, stimmt aber zu 100%. Gerade wieder passiert bei einem ganz lieben Kollegen Lars Etzepfand, exklusives aus Hannover heißt seine Seite, der porträtiert Menschen auf der Straße. Ganz egal, worum es konkret geht, also seien es tätowierte Menschen oder neulich hat er einen Bundeswehrsoldaten abgelichtet, sofort gibt es Stress in den Kommentaren. Und natürlich juckt es da einem in den Fingern. Man möchte natürlich seinen Freunden und seinen Leuten auch zur Seite stehen, aber kommentiert nicht. Man füttert damit nur das Ego des Trolls. Und darüber hinaus gibt es genug Personen, die kommentieren und die Arbeit für euch erledigen. Es ist nun mal so seit vielen Jahren, dass jeder Mensch nun ein Mikrofon in die Hand bekommen hat und unkontrolliert im Netz rumfeuern kann. Damit müssen und werden wir leben. Was man machen kann, ist in seiner eigenen Community, so wie ich das jetzt hier auch mache, immer wieder auf solche Dinge hinweisen und zu versuchen, die eigene Gemeinschaft sauber zu halten. Man kann und muss sogar eine eigene Meinung haben. Es ist aber sehr ungesund, überall zu kommentieren. Und es birgt vor allem die Gefahr, dass man sich abschottet und einen Tunnelblick bekommt. Und wo das hinführt, wissen wir alle. Und noch zwei Hinweise in eigener Sache. Wie ihr unschwer erkennen könnt, befinden wir uns jetzt hier nicht im Vertikal, sondern wieder im horizontalen Format. Meine Inhalte produziere ich ja hauptsächlich für das Portal TikTok. Aber jetzt seit den letzten zwei Videos gibt es die Möglichkeit, den sogenannten Vollbildmodus anzuklicken. Und dann klappt das auf und dann kann man das Handy drehen und man sieht alles so, wie es eigentlich sein soll. Ich hoffe, dass das so bleibt. Und ihr könnt mir da gerne auch ein Feedback geben, ob euch das gefällt. Also die TikTok-Community kann mir da gerne ein Feedback geben in den Kommentaren. Vielleicht wollt ihr das nämlich doch alle wieder vertikal. Und der zweite Hinweis am 20. und 21. Oktober, also nächsten Freitag und Samstag, findet hier ein zweitägiger Mixing-Workshop mit mir bei Anker im Frieda-Park-Studio statt. Zwei Personen haben leider aus privaten Gründen absagen müssen, also diese zwei Plätze sind noch frei. Wer Lust hat und da mitmachen möchte, schreibt mir einfach eine E-Mail an osmator at osmator.com. Und zu guter Letzt, seid bitte lieb zueinander. Es wird immer schwerer, kein Arschloch zu sein, aber lasst es uns gemeinsam probieren. Bis dann. Tschüss. Tschüss.